Wozu gibt's den Raum, wenn da keine Feinde sind? Naja, das werden wir spätestens auf dem Rückweg erfahren. Hey Leute, immer noch die riesige Frage, wo zur Hölle steckt die Bitch Kendra? Das würde mich interessieren. Ah, ein schönes Bier in der Flosse. Ah, hier geht's weiter. Guten Morgen, guten Tag. Wo sind wir? Wow! Wow! Einen schönen guten Tag, my lady. Was ist das denn für ein Scheißviel? Ah, ich nehme mal an, sowas wie der letzte Abend, der letzte Boss. Hier werden wir noch mal richtig eingedenkt mit allem, was wir zum Überleben brauchen. Ja. Und laut der Musik ist das sogar die richtige Annahme. Oh, 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 mein Liebkopf. Den hab ich nicht gezählt. Oh, 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 oh. W근� Große Ja, kommst du... Uah! Aufrufen! Was ist mit dir los, Kollege? Komm mal runter! Ganz locker! Ganz locker! Ja, 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 ja! Okay, das war der Zweikampf! Das ist immer so arschlich, Leute! Du Präzision! Eignet sich dies doch immer am besten! So! Mehr! Ah, so sieht das aus! Ich verstehe! Wir sollen... ... 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 Ich muss... Wo muss ich denn? Was? Ah, da war noch was, da war noch was. Ja, danke dafür. So, dann... Ja, nee, ist klar. Ja, danke. Die Kontamination ist aktiviert. Ja, macht wieder auf. Blöde Bitch. Ja, halt die Fresse. Lass mich raus, lass mich dir die Fresse polieren. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es hat mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Letztendlich läuft es doch auf dieses andere Ding hinaus. So ein kleines Ding. Was? Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Es tut mir leid. Tu das nicht. Ich habe dich ge... Hör auf damit. Tu die Spatze weg. Ich habe dich immer geliebt. Immer geliebt. Hör auf mit dem Blödsinn. Mädchen, lass doch sein. Nein. Nur, was das für eine Nadel ist. Ja, liebe Leute. Das ist scheiße. Siehst du? Du bist gastesgestört. Wie kein jeder Käpt. Ja, und? Die Kuh ist schon lange zu uns. Was immer du gesehen hast, wurde dann von hervorgerufen. Komm her. Ich zeig dir mal, wer die Schachfigur ist. Es ist jetzt in sicheren Händen. Weiß, wer geht an diesem Gottverdammten Ort. Lass mich raus. Ich muss weglaufen. Blalalalalala. Ah, dich krieg ich noch. Komm hinterher. Wir dürfen jetzt durch den Batsch laufen. Das habe ich mir anders gedacht. Es ist eine ekelhafte Scheiße hier. Dieses ganze organische Zeug von den Viechern. Ja. Wir werden nachher verfolgt. Ich habe es im Blut. Ich weiß, dass wir vielleicht noch irgendetwas... Mama ist aufgewacht. Mama ist aufgewacht. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Und... Ja. Ein weiteres Mal dürfen wir uns hier... ...im Paradies der Items vergnügen. Ja, komm. Nehmen wir noch irgendetwas auf. Wir haben doch jetzt echt die Schnauze gestrichen. Voll, ne? Ja, komm. Wir können noch... Blum, blum, blum. Ein so ein Teil. Und... Was haben wir denn am wenigsten? Wir haben am wenigsten... Am wenigsten Munition, eindeutig. Ja, was ist hier dran? Munition. Der ist... Der ist... Was? Wir sind wieder... Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Rüsten wir uns. Für den letzten Kampf gegen diese... Nutte von Kendra. Ja. Wie wird richtig? Ich mag diese Frau nicht. Der Gregor mag keine Frauen. Die ihn verarschen. Nein, nein. Das ist... Nicht schön. Ah. Da kriegt der Gregor Brustel... Wenn er sowas mitkriegt. So, und jetzt haben wir alles ausgebaut... Was wir auch noch ausbauen können. Die sind mit Munition gesteckt. Na, was soll das denn? Ein letzter epischer Kampf. Was ist das? Was ist los? Da ist sie doch! Ah, Tentakel Hunt. Wie lame? Ich will das machen. Wie? Ha, ha, ha! Leif less Koos. Ha, 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 ha! So, und jetzt habe ich ein... Problem. Und es ruckelt. Oh. Ich weiß nicht warum, aber es ruckelt wie Sau. Ich muss eben mal wieder an dieser Stelle eine kurze Pause machen. Ich werde das Video kurz unterbrechen. Und dann machen wir hier weiter, weil ich habe keinen Bock, dass ihr jetzt seht, die ganze Zeit weiter rumleckt, rumgeckt, keine Ahnung. Bis gleich.